Entschuldigung. Wie komme ich zum Rathaus? Gehen Sie einfach geradeaus. Nach 10 Minuten sind Sie da. Vielen Dank. Kein Problem. Entschuldigung. Wie komme ich zum Rathaus? Gehen Sie einfach geradeaus. Nach 10 Minuten sind Sie da. Vielen Dank. Kein Problem. Entschuldigung. Wie komme ich zum Rathaus? Gehen Sie einfach geradeaus. Nach 10 Minuten sind Sie da. Vielen Dank. Kein Problem. Entschuldigung. Wie komme ich zum Rathaus? Gehen Sie einfach geradeaus. Nach 10 Minuten sind Sie da. Vielen Dank. Kein Problem. Kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020